Die Live-Radio Schlüsseljagd, das Finale. Ich bin die Yvonne Heindl aus Oftering und ich möchte das Auto gewinnen oder ich werde das Auto heute gewinnen hoffentlich. Hallo, ich bin die Helene aus St. Veit und ich habe den Schlüssel im Radio gewonnen und ich gewinne das Auto einfach heute, weil das so geil ist. Sensationell, tausende Menschen, die mitgespielt haben, ganz Oberösterreich war auf der Jagd nach den Schlüsseln. Heute über 1000 Gäste hier bei Renault Sonnleitner. Ich bin schon sehr gespannt, wer den Wagen heute mit nach Hause nimmt. Ich werde es leider nicht sein. Ja, perfekt natürlich. Ich meine, wir haben Full House. Die Hütte ist zum Dreschen voll. Mehr kann man sich eigentlich nicht wünschen. Und ich bin super happy. Ja, und ich bin super happy. Ja, unglaublich. Wie gesagt, ich kann es immer noch gar nicht glauben. Ja, es ist ein super Hochzeitsgeschenk. Wahnsinn. Wahnsinn. Super.